Die Castulus Bader Stiftung und Leibfinger Bader präsentieren Lemis Abenteuer Ein Buch zum Lesen und zum Vorlesen Für Kinder ab 5 Jahren und jung gebliebene Erwachsene Lemis ist ein sehr kleiner Lehmbrocken Ganz tief unten im Boden der Vatersdorfer Lehmgrube Eines schönen Tages wird er von einem Bagger aus dem Boden gehoben Und er blickt das Licht der Welt Von da an ist es aus mit seiner Ruhe und Abgeschiedenheit Lemis erlebt eine Reihe von spektakulären Abenteuern Bei denen er sich in jeder Hinsicht bewähren muss Wie gut, dass er einen weisen Raben und seine Freunde an seiner Seite hat Lemis Abenteuer Ein Buch über den Sinn der eigenen Existenz Über innere und äußere Widerstände Über Vielfalt, Freundschaft, Zusammenhalt Und über den ewigen Kreislauf des Lebens Lemis setzt sich intensiv mit der Frage aller Fragen auseinander Warum es ihn eigentlich gibt In einem Moment größter Gefahr Erinnert sich Lemis an die Worte des weisen Raben Dass er ein ganz wichtiger Teil der Schöpfung ist Und Lemis wächst über sich hinaus Unter seiner Führung beschützen er und seine Freunde Eine Familie und ihr Haus vor dem Jahrhundertunwetter Lemis Abenteuer Kreiert und geschrieben von Thomas Ecker Bezeichnet von Bernhard Kühlewein Erhältlich ab dem 11.11.2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017